Hallo Freunde, willkommen zurück zu Hogwarts Legacy und zwar recken und strecken wir uns auf diesen Biesen und nehmen uns jetzt mal die Quest vor, damit wir in der Hauptstory ein bisschen weiterkommen und zwar müssen wir hier ein bisschen was kaufen und zwar bei dem Symbol da hinten, das ist ein Laden und nur dann bekommen wir den nächsten Zauber, wegen gerade dem Leviosa. Ja, meine ich war das. Was ist denn hinter dem Fels? Das sieht so aus, ne? Ich glaube auch, möchtest du daran rüberkommen, sondern an dem ist er vorbei, glaube ich, ne? Oh, es geht tatsächlich komplett rüber. Ach, was? Oh, lass mich raten. Ist das hier vielleicht ein Punkt für... Was zum Henker ist das? Äh. Ach, lol. Das sehe ich jetzt erst, dass es so ein Viecher ist, was da sitzt. Dass es beides so Viecher sind, die da sitzen. Oh, ne Tee-Party machen die. Hey. Hm. Interessant. Coole Referenz. No, ab. Äh. 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 Wieso komme ich denn nicht? Achso, lol. Das kann ich nur hin, wenn ich halt lande. Ist klar. Ich dachte, es geht da gar nicht erst weiter. Gott. Nein. Bleib mal hier. Seite. Okay, ist ja gut. Ich gehe auch noch rum. Ah. Ah. Wir müssen hier rein. Vorsicht, wir wollen, dass sie lebendig wieder herauskommen. Sie haben all diese schwarzen Magier besiegt? Kaum zu glauben. Hatta. Die andere Truhe habe ich gehört. Hallo. Oh, hallo. Verzeihung, ich bin etwas durcheinander. Ich musste einige spuckende und kneifende Pflanzen tadeln. Das kommt wohl davon, wenn man mehr als vier in einen Topf setzt. Ach ja, Beatrice Green der Name. Aber Sie dürfen mich Madame Green nennen. Willkommen bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Stoßen Sie die Allraunen nicht an? Wenn es nicht ständig Bedarf an Gegengiften gäbe, müsste ich nicht zu viele von den süßen Kleinen führen. Außer natürlich für Flöche. Und nun ja, wenn sie versteinert wurden, sind sie natürlich auch richtig. Stoßen Sie bloß nicht die Allraunen an. Bei einer Entwurzelung fallen Sie als nächstes tot um und ich bin nicht in Stimmung, das aufzuräumen. Was verkaufen Sie hier? Hat sie doch eben gesagt. Na dann, schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Ja. Ach, guck mal. Das brauchen wir. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Sie werden es noch weit bringen. Dünger. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Sie werden es noch weit bringen. Ja, danke schön. Ach, guck mal, dann können wir hier auch gleich Sachen verkaufen. Ihre Sachen sind bei mir sicher. Bis sie verkauft werden, dann müssen sie sich mit Gelb genüssen. Oh, das vielleicht noch nicht. Okay. Meine Tür steht immer offen. Kommen Sie gerne wieder. Oh. Reveglio. Sie haben es hausdeck hinter den Ohren. Wie sie die ganzen Kobolde verjagt haben. Ja, schon. Aber hilft dir alles nix. Nicht wahr? Ich brauche hier so ein bisschen Oh, das ist nice. So, und hier sitzt mir noch mal. Warum ist das denn? Naja, ist ja nicht wohl egal. Reveglio hat diese schwarzen Magier besiegt? Kaum zu glauben. Ja, höre ich wohl. Ähm, lass mal sehen, was wir sehen können. Okay. Ich würde denn ganz gerne einmal diesen Schmitte-Gagel einfangen. Leute, das ist halt Hauses. Ach hier. Wasser Schornstein. Lumos. Jetzt muss ich aber gucken, wie ich hier am besten runterkomme, ne? Weil Ach so, okay. Ja, und durch die Tür. Obwohl, da geht ganz kurz mal ein Stauerstapp aus, so wie ich das eben gesehen habe. Ah, ne, er behält ihn. Okay. Okay. Sehr gut, dass die den Kobolden eine Abreibung verpasst haben. Ja, das finde ich helliges auch. Muss einmal kurz gucken, was die Aufträge sagen. Besuch hast du ein Mühlenrecht, habe ich auch, habe ich auch, habe ich auch, habe ich auch. Ganz von oben habe ich, Aufgabe, beschaffe das. Das habe ich doch schon gemacht. So ein kleines Kind soll ein Troll vermöbelt haben? Ich kann es nicht glauben. Gegen mehrere Gegner. Okay. Raune und dieses, ah, da habe ich es. Okay, alles klar. Warte mal. Glittermäuse. Das sind gerade des Dorfbewohners. Das sind gerade des Dorfbewohners. Ja, bitte warten. Achso. Das war ein schwerer Fehler. Achso. Schade, dass das niemand gesehen hat. Ist gut. Angeber. Okay. Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe, wo du dich selbst. Da geht es durch. Das sehe ich schon. Das sehe ich schon jetzt schon. Ach hier. Ach so. Ach so. Ach so. Aber ich bin jetzt auf der anderen Seite. Okay. Ich bin jetzt auf der anderen Seite. Ich wollte... Oder ist... Nee, das ist ein anderer Raum, oder? Oh, okay. Ich muss ja... 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 Okay. Okay. Das war... Ich muss ja... Ich brauche... Und... Ich muss ja... Ich muss ja... Ich muss ja... Ich muss ja... Okay, gucken wir mal... Oh, hier... Ich muss ja... 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 Oh... Ich muss ja... Nein... Alle down... Tatsache... Die Doher fliegen... Okay... Okay, wenn wir jetzt zurückfliegen, würde ich aber ganz gerne erstmal zu einem Laden und dieses Malvenkraut kaufen. Ich weiß gar nicht, woher wir Malvenkraut sonst kriegen. Ich meine, sonst habe ich es ja, glaube ich, immer gesammelt, aber ich weiß gerade tatsächlich nicht, wo es ist. Revealions. Wäre ich gern gelangweilt, hätte ich normale Arbeit. Ja, ja. Protego. Achio. Idiogo. Confringo. Enzender. Flurfly. Flur, Flurfly. Those are some Flurflies. Letzterweck ist mit Fresh Fries. Das ist was anderes. Aber auch lecker. So, lass mal Poxmeat oder so. Poxmeat wäre ganz nice. Für... Ja. Ja. Hier ein bisschen wäre es zu kaufen. Ja. Ich muss gleich noch mal gucken. Wo es denn so einen Kräuterladen gibt. Bei dem wäre jetzt natürlich relativ wichtig. Wir wollen doch nicht. Ich habe immer Mühe, sie zu sammeln. Weil dieser Vogel ständig wieder verschwindet. Freches Ding. Früher hatten wir auch die Recalls im Laden. Aber die Kunden verlangten immer wieder ihr Geld zurück, wenn sie nach Hause kamen und die Viecher nirgends zu sehen waren. Ich persönlich habe nichts gegen einen kleinen Plausch. Aber wenn ich in einen Laden komme, mir zählt erstmal der Kassierer irgendwelche... Alter, das geht gar nicht. Ich kann mir denken, dass das sehr ärgerlich ist. Da gibt es Schlimmeres. Die meisten Anbieter von FUPA-Federn könnten genauso gut im St. Mungo leben. Kein Wunder. Der Schrei dieser Dinger. Oh, aber so herrliches Gefieder. Dafür lohnt es sich fast verrückt zu werden. Das Ganze scheint mir nicht ganz ungefährlich zu sein. Das können Sie aber laut sagen. Früher hielten wir Tierwesen selbst. Das Geschäft lief super. Aber das Murren meiner Eltern ging mir auf den Geist. Nicht meine Schuld, wenn sich wer einen Knieselfloh einfängt. Sie hätten sie hören sollen. Nein, nur noch Nebenprodukte. Aber ich muss sicherstellen, dass die Tierwesen gut versorgt werden. Bei manchen Interessenten kann man das nicht garantieren. Schauen Sie sich ruhig um. Das Angebot ändert sich ständig und nicht nur, weil dauernd was verschwindet. Am besten schauen Sie vorbei, bevor bestimmte Waren ausgehen. Was früher auch buchstäblich der Fall war. Danke, das werde ich. Gerne. Nehmen Sie sich ruhig Zeit. Und danke, dass Sie vorbeigekommen sind. Das war mir ein Vergnügen. Was verkaufen Sie hier? Hat sie doch eben auch schon gesagt. Welche Tierwesen-Nebenprodukte möchten Sie denn gern erwerben? Hm, eigentlich gar nichts. Ich würde nur mal gucken. Sie können gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen. Ich weiß. Ich würde sagen, jetzt so lange gilt, bis Tag ist. Aber ist es nicht. Ist es nie nicht. So, beim Hogsmeet. Honigtopf. Ist es beim Honigtopf? Samen und Dünger. Samen und Dünger. Also eigentlich brauche ich, wie gesagt, eigentlich brauche ich Pflanzen. Dieses Kraut. Ob es das da gibt, weiß ich nicht. Aber gucken wir mal nach. Willkommen. Immer herein. Hm. Wo war ich gerade? Ach ja. Blätter des Malbenkrauts. Nötig. Ich meine, es sind Blätter des Malbenkrauts. Aber ich brauche Malbenkraut. Ähm. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Das stimmt natürlich. Schlossdrufe 3. Da kommen wir noch gar nicht hin. Mann. 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 Alter, ich hab mich so ein bisschen erschrocken gerade. Schade, kann ich nicht abfackeln. Oh, kann ich da rein? Nein. Where the heck is the Eingang? The One Gang. Ich muss glaube ich ins Schloss und da aus da rum, oder? Ernst, ich muss echt ins Schloss? Kann ich mich nicht mit Daten irgendwie porten? Kann ich nicht? Ich muss sicher sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017